Wir haben eine KI gefragt, wie das alte Ägypten hätte aussehen können, wenn es nie gefallen wäre. Das ist, was dabei rauskam. Die altägyptische Zivilisation, berühmt für ihre Pyramiden, Pharaonen, Mumien und Gräber, blühte tausende von Jahren auf. Wenn es sie heute noch gäbe, hätte ihre Technologie anders sein können als alles, was wir je gesehen haben. Untertitelung des ZDF, 2020